Hallo liebe Leute, hier ist euer DickenDeadman, wieder zurück bei Let's Play at Resident Evil 5 together. Wir sind bei der Mission Kapitel 2-3, leider mit ein paar Fehlern, aber wir versuchen jetzt auf die Kombination zu bekommen. Go go! Man merkt schon, es ist schon mehr Aufnahmen gestartet. Hört man schon mal eine Laune, ey. Hört man, das ist Headquarters, was ist die Situation? Da die Mission zu drittmal gestartet haben, vielleicht läuft das jetzt einfach mal durch. Yeah, Junkies, voll cool sind die irgendwie, achte mal. Gleich ist es tot. Die Mission zu drittmal gestartet. Mania. Die Mission zu drittmal gestartet. Es scheint, die einzige Art der Antwort zu bekommen ist von Irving. Ich hab's nicht gewusst, der zu reden ist. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Irgendwo in LKW? Nein. Ich bin nicht mehr vom Bord. Halt! Lauf und weg. Da kommt der Kabel. Da kommt der Kabel. Da, bissehle. Das war nicht so gut. Wie die einfach mal explodieren sind und sich auflösen. Da muss man drauf achten. Wenn der den Tank abschießt. Wow. Falsch gedacht. Ich bin der Tank. Der Tank, die hinter dir? Das sind die Kaffee, kann man erholen. Der Tank, der hat die Kaffee angeht. Das war nicht so gut. Den Tee! Das ist mies. Warum? Warte, da kommt da gleich noch was. Sie ist auf die Fässer. Wenn wir die Hälfte überleben haben, ist das noch gut. Ich habe die Hälfte auch. Ja, das ist gut. Wir kapieren. Es geht noch. Fehlt es, wenn wir sterben, Alter. Ladefügel. Jo. War durch. Ich habe... Ach, du hast... Ach, du hast... Ach, du hast gleich... Muss ich was drücken? Nein. Achter mal, wie geil der jetzt... Der eine jetzt. Kch. Fäh. Fäh. Oh, jetzt wird der Dengue. Das ist jetzt krass, Alter. Deltateam, down, down. What could have done this? Keiner überlebt hier, nur wir, ey. Der Kakao greif ich denn ab. Jupp. Und wie? Ja. Psycho. Boah. Das ist krass. Wie willst du denn sie besiegen? Das ist schwierig. Ich muss es aufdrücken, so. Hallo. Wie war geil, was ist das denn? Ja, kein guter Ton mehr. Abgestürzt. Was? Ne, es minimiert, warte. So, alles ist bei dir. Fehlt jetzt ein bisschen im Spiel. Und jetzt. Mal lang, komm. Alles, was geht. Jetzt auf die Außenjüchse. Jo, ich links, du rechts. Okay, jetzt ist schlecht. Jetzt auf den Rücken. Alles, was geht, ne? Jetzt geht's. Jetzt geht's. Oh, jetzt musst du laufen. Du weißt, was du tun das jetzt? Der hat mir einen Gebet. Das hätte mir nicht mehr besser. Wir können... Leider fehlt dir die bestimmte Aufnahme, weil ich... ...sicht da grad minimiert habe. Das ist ja nicht drin. Oh, da gehen wir schnell. Eigentlich gibt es so ein Stein, weißt du? Das ist ja nicht drin. Ja. Yeah, beste Missione. Docktape. Das ist ja nicht drin. Das ist ja nicht drin. Das ist ja nicht drin. Du kannst immer wieder zurück. Was für dich? Ich habe eine persönliche Strecke. Eine persönliche Strecke? Chris, schau mal. Wir sollten beide rauskommen. Ich bin nicht hier nur für die Mission. Was bist du hier? Einmal vorhin, ich habe ein paar Worte gesagt, dass mein altes Partner noch alive ist. Ich wusste nicht, was zu denken. Aber als ich die Datenfile von Delta Team wusste, das ist sicherlich. Joe ist noch immer wieder. Das ist ja nicht drin. Das ist ja nicht drin. Das ist ja nicht drin. Das ist das gleiche Person. Wir waren Partner. Das ist sicher. Das ist ja nicht drin. Mega arm. Warte! Du gehst nicht allein. Chris, warte! Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss sie finden. Das ist auch eine bescheuerte Mission gleiche. Die machen wir aber nicht jetzt. Am besten. Abgekackt. Ja? Ja, das hat ja egal. Das ist ja ehende. Na, das ist gut. Guck mal, was für Statistiken wir haben. Na, hab ich. Na, ist noch nicht da. Okay. Das Video doch noch ein bisschen. Sieg hat das Spiel verlassen. Äh, 63% haben wir. Du schießt da gar nicht drin, ne? Äh, egal Leute. Damit beenden wir die Aufnahme. Wir haben hier nur Probleme. Bis dahin.